hallo und willkommen zurück bei green hell oh da ist gerade eine fettfrucht runtergefallen hier eine fettnuss die können wir direkt weg schnagulieren aber hier ist noch eine runtergefallen meine hier zack direkt rein fettnuss geil fallen hier runter ok kokosnusspalmen werde ich erstmal weiter wieder nicht fällen aber wir können die normalen hier die können wir uns wieder fällen die normalen bäumchen kostet sehr viel energie hier mit zu schlagen so rüber wie gut wir bäume balancieren können wir rennen da einfach drüber ich habe wieder parasiten eingefangen und ich muss mir wieder trockenes zeug besorgen so was brauchen wir jetzt nochmal holzscheite ok aber erstmal parasiten checken wieder am bein blut egel kacke gut hier nehmen wir noch einen schluck ok tatsächlich bringt wasser aus der suppe also bringt mehr hydrationen suppe aber bringt es auch mehr proteine ist die frage ne ich sammle jetzt auch wieder den kleinen kram erstmal nicht ein sondern wir gehen erstmal nur bäume fällen holzscheitel holen ja ich traue mich halt noch nicht so wirklich raus in die wildnis zu gehen wenn die basis hier noch nicht steht und nach einem richtigen platz für das häuschen zu bauen öffnen ein ganzes dorf bauen so wie die norm gesagt habe weiß ich jetzt nicht aber so ein richtiges häuschen wäre schon nicht schlecht ich habe auch gesehen die entwickler mit tatsächlich auch noch mal eine richtige road map wieder rausgebracht ich habe mir die nicht ganz angeguckt aber stand auch irgendwas hier wegen lager und transport kampf und noch irgendwas so der lehmischer flusslehm habe ich flusslehm nicht habe ich noch nicht gesammelt aber muss ich machen um lehmziegel zu machen dann habe ich die kiste und kann den ganzen kram da loswerden dann holen wir mal flusslehm vor allem wir müssen auch einen ort finden der genauso gut ist wie hier ne der sicher ist wo wir alle möglichen ressourcen haben wie hier so ich muss mich nicht waschen aber ich kann lehm nehmen so wir sind halt jetzt nachtworker geworden dann kann sich in der nacht zumindest nichts anperschen wenn die wilden tiere auf jagd sind so noch mal flusslehm okay nehmen wir noch mal holen ich hätte gedacht ich muss mich danach waschen so lehm aber wenn kokosnüsse runterfallen die einen erschlagen können so und jetzt was das lagerfeuer asche haben wir wasser ist boah wie viel wasser muss denn da rein warte kann ich da vielleicht diesen bidon nutzen ist das vielleicht sowas kann man da wasser sammeln ach ne der ist leer der muss erstmal aufgefüllt werden ach so sieh mal an ich leg den mal hier hin ach sieh an ja das ist ein tragbarer wassertransporter kann man sagen guck mal an das habe ich gerade intuitiv gemacht man kann mit rechtsklick tatsächlich doch drehen nur nicht wenn man hier hält so sieh an und da kann man auch raus trinken das heißt wir haben jetzt unsere eigene trink dinge dabei aber warum schütte ich bin ja auch so depper warum schütte ich denn das gute trinkwasser da rein wir können doch einfach das hier unten nehmen haben wir noch eine maus sehr gut von den dingern baue ich glaube ich noch eine aber wir füllen das hier unten auf ich habe jaguar gehört es hat geknurrt also ich weiß nicht ob es einer war aber wenn es knurren ist dann gehe ich lieber wieder zurück wir holen doch an der anderen wasserquelle wasserstelle ist mir dann doch ein bisschen zu unsicher shit war Ahem. Wir müssen diesen Jaguar killen, aber wo ist der Bogen? Ich wollte die ganze Zeit auf den Bogen ausrüsten und dann hat er aber die Axt genommen. Warum hab ich denn den Bogen drauf? Bogen sollte die 1 sein. Gucken wir mal, wo ist denn der Bogen? Bogen ist auf 4. Bogen ist die 1. Gut. Oh verdammt. Ich muss öfter speichern. Ich muss viel öfter speichern. Und ich muss wieder schlafen. Es gibt doch so Energy-Pilze, ne? Jetzt muss ich mir nochmal ein paar von denen holen. Viel öfter muss ich speichern. Wenn das Ding fertig ist, speicher ich direkt. Kriege ich noch 2 Bäume gefällt? Ne, die geben glaube ich nur Äste. Der hier, der müsste noch geben. Ich kann halt einen Schlag machen und muss dann Ausdauer regulieren. Aber wenn du das Knurren hörst, dann weißt du schon, okay der ist hinter dir her. Dann hat er die Witterung schon aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch tatsächlich so aggressiv in Reels sind wie hier. Klar, wenn die Hunger haben. Aber ich bin da kein Tierexperte. Ich weiß es nicht. Die Riesenbäume will ich auch nicht abholzen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber da hier in der Nähe auf jeden Fall ein Jaguar rumfleucht, ist das auch nicht die 100% sichere Basis. Aber gut, woanders fleuchten dann vielleicht die Einwohner rum. So, hier nach speichern wir nicht. Danach schlafen wir, dann speichern. Ne, dann erholen wir uns. Dann speichern wir nochmal. Ach, ich habe noch gar nicht hier die Suppe gemacht. Okay, weißt du was? Wir schlafen jetzt. Dann machen wir Feuer. Für die Suppe. Ah shit, ich habe die Maus nicht rausgeholt. Die gute Maus. So, einmal bitte Feuer bohren. Einmal trinken. So, einmal trinken. So, erstmal trinken. einmal voll machen jetzt bitte die maus da rein der skorpion na komm du mal rein vielen dank der skorpion braucht ein bisschen währenddessen okay das geht nicht das geht kann ich die noch sammeln larven kriege ich daraus wenn ich die sammeln oder und maden guck mal an so der muss noch gefüllt werden so den düngen wir damit er mehr fettfrüchte macht so skorpion ist ready guten hunger er gibt gar nicht wirklich was die skorpion müssen also nicht essen gut so wir müssen jetzt leben holen das heißt jetzt speichern wir ich muss öfter speichern so müssen nicht nur lehm holen sondern auch wieder ein bisschen getrocknetes zeug so so kann ich den von hier direkt auffüllen nee ich fülle ich den denn jetzt auf so unsicher aber das ist ja nicht schlimm hat zwei parasiten drin ist ja nicht schlimm weil der ist ja fürs leben ich glaube bei meinem beim leben ist es egal ob unsicheres oder sicheres wasser ist aber lustig dass der mir das anzeigt ich hoffe ich kann ihn auch ausschütten okay jetzt bin ich dreckig tatsächlich natürlich soo soo okay das heißt ich muss noch ein paar mal gehen dann können wir direkt gucken die falle hat noch nichts weiteres gefangen gehen wir uns mal sauber machen ich meine unsere mission ist ja jetzt mia zu finden und wir bauen uns erstmal eine basis unsicher millionen parasiten das ist aber schon ein bisschen unrealistisch dass hier so wenig kokosnüsse rumliegen oder und dann krieg ich am ende nur ein oh kann ich den rauslegen und erfüllt sich ne ne wir können den aber mal füllen wenn ich irgendwo drüber gehe dann packt das weg okay einmal bitte einpacken so geil haben wir auf jeden fall wasser unterwegs benutzen benutzen sehr schön die kackwürste sind fertig okay jetzt brauchen wir feuerbrett wir machen erstmal die kackwürste fertig nochmal kackwürste nochmal kackwürste na riesige kackwürstchen noch ein kackwurst so der ist ready so was muss ich denn da jetzt rein machen maximum maximum also alter das ist aber viel was da rein muss vielleicht kann ich da aber auch was anderes rein machen kohle oder so will ich aber nicht kohle will ich da nicht machen ich bin immer noch dreckig okay wahrscheinlich vom dingsen ich hole mal die feuerbretter damit ich mein inventar leer machen kann kann ich auch direkt hier schon mal wieder die stöcke sammeln muss ich ja jetzt wieder teuerbrett bedeutet ich muss spalten jetzt es geht das geht läuft ich keine Ich weiß gar nicht, ob die große Axt tatsächlich besser ist als die kleine. Fliegen hier die Dinger weg. So, ein Feuerbrett. Zwei Feuerbrett. Der Inventar ist wieder voll. Dann gehen wir wieder zurück. Ich muss mich noch waschen. Es muss regnen, dann muss ich mich nicht mehr waschen. Ich weiß gar nicht, was ich hier drin machen muss. Ich tue einfach mal Holz rein. Der ist voll. Noch ein Lehmziegel. Nochmal eine Kack. Zack. So, die Kiste ist fertig. Endlich. So, wir tun erstmal hier diese Dinger rein. Boah, hier ist aber auch nicht wirklich viel Platz, ne? Lagerfeuer, Asche, Kohle, behalte ich mal. Das Harz. Ja, den Rest lassen wir erstmal. So, wir brauchen Essen. Toll, eine Spinne. Ich baue hier nochmal eine Falle hin. So, wo waren denn hier die Fallen? So, dreimal kleinen Stock. Ein großer Stein. Oh. Oh. Kann ich mir eine Pilz-Suppe machen? Äh, Frosch-Suppe. Spinnen-Suppe? Frosch-Suppe. Komm, wir machen uns eine Frosch-Suppe. Ih. 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 So, einmal bitte Feuer machen. Come on. Come on. So, einmal trinken. Come on. Können eine Banane essen. Wo ich eine Bananen-Suppe machen kann? Spinne braun noch ein bisschen. Der droppt überhaupt keine Fettfrüche. Hier ist nochmal so eine unbekannte Blume. Ich lasse die erstmal dran. Ob die dann auch weggammeln nach einer Zeit oder ob die immer bleiben. Okay, hier brauche ich noch Holz-Scheitel. Komm, hier noch eine Spinne rein. Bam. Vier Proteine. Das lohnt sich nicht. Ich lasse den jetzt ausbrennen. Ja, ich lasse den jetzt ausbrennen. Den muss ich auch noch anzünden. Stöckchen. 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 Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch denken, jetzt gammel doch nicht die ganze Zeit da rum, sondern geh weiter. Und irgendwann werde ich das auch tun müssen. Aber solange ich noch nicht muss, bleibe ich hier. Shit. Der war noch nicht groß genug. Den habe ich mir zu früh gegönnt. Das war ein Versuch. Der hier. Komm, der muss aber klappen. So, dann nehmen wir die Holz-Scheitel. Ich brauche bestimmt bald nochmal einen neuen Handbohrer. Das Feuer brennt immer noch tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, was... Was stand das da, was man damit machen kann? Muss ich nochmal gucken. So, gucken wir mal ins Büchlein. Eine Bogenfalle. Ob ich da auch selbst reinlaufen kann? Das wäre was, wenn ich vor dem Jaguar fliehe, ne? Hätte mir da helfen können. So, Lehmkohleofen. Steht aber nicht, wofür der ist. Produziere ich da Kohle? Ich mach den mal voll. Ach, jetzt muss noch ein Lehmziegel dran. Sieh an. Also, da muss jetzt Glut rein. Nicht das Werkzeug, sondern Glut. Ich bin dreckig. Und ich brauche wie immer mal Fett. Kokosnuss irgendwo. Ich seh zumindest keine. Komm, wir erstellen hier gerade mal Glut und gucken, was passiert. Vielleicht erstellen wir hier wirklich Kohle. Komm, komm. Komm, Mann. Komm, Mann. Jo, der ballert. Ich hoffe, das ist okay mit dem Regen. Ich meine, der ist zu. Müssen wir da jetzt irgendwas reinmachen? Nee. Aber gut. Das war's auch erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.